Aber jetzt aber tschüss. Tschüss, gute Fahrt. Ciao. Hallo liebe Besucher, keine Lust mehr, noch etwas zu kochen. Ein Abend für euch in unserem Restaurant. Puntenschnitzel mit Zigeunerdose und Pommes Fritz für 4,90 Euro. Bis gleich für uns. Guten Appetit. So, jetzt noch mal tschüss, aber endgültig. Wo kann man das denn sehen, was du da aufgenommen hast? Bei YouTube. YouTube, welcher? YouTube.com, Sagi TV. Ich gebe dir aber mal ein Kärtchen mit. Moment. Ich gucke mal heute. Heute ist das richtig. Kannst du deinen Kumpels geben? Da findet ihr auch den Link da drauf, auf die Seite. Von da aus, auf die andere Seite, kommst du da drauf. Alles klar. Okay. Ich wünsch dir was, ne? Ich dir auch. Ciao. Einmal kurz Platz machen. Jo, danke. Schmeckt gut? Ja. Ja, super. Schmeckt gut? Vielen Dank.